Wodurch kann ich Geld verdienen? Durch Arbeit kann ich Geld verdienen. Lassen Sie mich bitte hier raus. Nein, Sie müssen hierin bleiben. Max, komm hierher! Lauf jetzt dahin! Ich habe mein Gehalt bekommen, wodurch ich mir jetzt einen Fernseher kaufen kann. Worauf möchtest du als erstes gehen? Ich möchte mit der Achterbahn fahren. Komm, lass uns dahin gehen! Wofür lernst du? Wofür lernst du? Ich lerne für eine Deutschprüfung. Und was machst du danach? Danach will ich in die Mensa gehen. Darf ich mit dir dahin gehen? Darf ich mit dir dahin gehen? Ja, natürlich! Dort steht ein Stuhl. Dort steht ein Stuhl. Jetzt sitze ich hier rauf. Jetzt sitze ich hier rauf. Ich stehe dahinter. Ich stehe dahinter. Und jetzt stehe ich davor. Und jetzt stehe ich davor. Abonniert jetzt den Kanal. Aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.